Heute circa 5 Minuten später von Gleis 3. Heute nur bis Rostock Hauptbahnhof. F1 nach Bad Schandau über Haldenau, Abfahrt 13.29 Uhr von Gleis 13. F1 nach Meißentriebestahl über Dresden-Neustadt, Abfahrt 13.30 Uhr von Gleis 14. F3 nach Karadenau über Freital Heimberg, Abfahrt 13.34 Uhr von Gleis 9. Und RE3 nach Hof Hauptbahnhof über Kärpten, Abfahrt 13.42 Uhr von Gleis 16. Untertitelung des ZDF für funk, 2017